Es ist mehr als eine Freundschaft zwischen ihnen, nicht wahr? Sie sind verliebt in sie. Naja, mhm. Oh nein, nicht schon wieder das. Okay, ich verstehe ja schon wieder nicht. Hä? Ich kapiere das nicht. Was muss ich denn machen? Ich kapiere das nicht. Man muss doch das abwechselnd drücken. Da sehen wir jetzt gerade auf, wo ich das andere noch nicht hochgeladen habe. Also nicht wundern. Möchte ich mal das drücken, was leuchtet? Nee, kann auch nicht sein. Ich kapiere das nicht. Simmets! Er lebt noch! Sie hätte den Helikopter lieber behalten sollen. Oh! Je schneller sie Klettern desto eher können sie das. Ey da! Ey da! Okay. Räder! Sie ist rum! Schnell! Ja, schnell wie die, die die Seile hochklittern. Natürlich. Schützen sie eh da. Mach Platz! Lust zu schießen! Wollte ich irgendwas anders abknallen? Er ist weg! Was ist da hinten? Ach da! Muss ein Tentakel schießen? Alter, was ist mit dem Bossfall? Okay. Schön, dass wir direkt vor die Linie laufen. Ganz toll! Die Bienen! Toll! Keine Munition mehr! Warte doch hier! Okay. Wie viel er auch auszählt. Das ist nicht normal. Und wieder glittern. Und wieder glittern. Und wieder glittern. Und wieder glittern. Okay. Ich bin hier schon nervös. Achso, man kann das doch abwechselnd drücken. Wir müssen nur... ...einigermaßen das Tempo... ...einigermaßen das Tempo... ...und wieder glittern. Ich bin hier. Und nun? Ja, was würde ich denn jetzt machen? Komm mit mir, Liebling. Wir bleiben für immer... ...zusammen. Aber nicht mit mir. Na los, aufwachen. Wenn Sie wirklich Ada sind, stehen Sie das durch. Wir beide schaffen das. Was zur Hölle? Shit. Hm. Schaman, die Eugen. Oh oh. Okay. 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 Fuck, wenn da noch Zombies sind, ist klar. Leon 1-0. So lange hat noch nie ein Bosskampf gelaufen, kein... Wie kann, wo ist er denn da? Okay, ich tue es. Wie uncool. Hier habe ich auch eine Redaktion. Okay. Okay. Dreckszauber. Okay. Dreckszauber. Alter, fallt er hin. Was er abgeht? Okay, okay, okay. Ich versteh schon. Zumindest so ein schmieriger Zeher-Bastard. Zieh ihn runter. Sie betteln Sie um Ihr Leben. Ich passe. Man kriegt nicht immer was man will, Simons. Nein! Machen wir Schluss. Man muss immer nach vorne gehen, Simons. Okay. Was willst du? Warum hilfst du uns? Es tut mir wirklich leid, aber ich muss jetzt los. Auf dem Dach finden sie mein Abschiedsgeschenk. Wir sehen uns wieder, Leon. Ada! Worauf warten Sie? Ach, gehen Sie hier nach. Nein, wir bleiben zusammen. Was ist das? Was ist das? Da ist unser Rückflugticket, wenn wir es erreichen können. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das ist nicht euer Ernst. Das ist nicht euer Ernst. Kaum noch Munition. Gammelfleisch-Skandal. Glückwunsch gehabt. Für diese wirklich coolen Erfolgsnamen. Au. Bastard. Okay. Was mach ich jetzt? Hm. Tja. Steh auf. Steh auf. Kämpfe wie ein Leon. Okay. Okay. Okay, rennen. Nein, ist er nicht. Das dachten wir letztes Mal auch. Los zum Helikopter. Okay. Wir müssen zu diesem Helikopter. You don't say. Je schneller desto besser. Reisen sie die Landeplattform. Mal was, was ich gerade vorhaben. Spiel. Okay. Ähm. What the fuck. Wie komm ich denn jetzt hier weg? Achso. So. Okay. Hoch mit ihm. Ach du Scheiße. fossil. Ah, was ist denn? Verarschi. Für mich ist brutal, was immer sie tun, es funktioniert. Ich passe auf sie auf! Ein bisschen Avanti. Okay. Ich blieb mein schönes Auge. Was ist das? Okay, schnell weg. Ein bisschen was einsammeln. Okay. Ich will gar nicht mehr gegen die Zombies kämpfen. Okay. Ich kann mich noch an den Film erinnern, wo er dauernd Zucker brauchte. Ach ne, ich mach mal das nochmal. War das bei D3? Okay, wir müssen den Mistkerl runterholen. Solange er in der Luft ist, gehen wir nirgendwo hin in dem Heli. Was ist hier mit irgendwas machen? Hä? Okay, er schützt dich. Okay. 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 Das ist nicht lustig. Das ist so extremst unbewusstig. Das ist nicht lustig. Okay. Woop! Okay. Was? Was mache ich jetzt? Okay. Was ist los? Was ist los? Okay. Okay.